und moin und willkommen zu meinem neuen video von mir ich würde sagen weiter nach dem intro ja hier habe ich was schickes ein wlan schalter unterputz ich habe den schon mal ausgepackt ich werde darüber noch ein weiteres video machen wie man denen fest macht und wie man den einrichtet und dann ist das hier auch input 230 volt ausgang 230 volt dann richte man den ein dafür hat man dann auch so einen zettel der ist leider nur auf englisch und chinesisch würde ich sagen aber die app selber ist dann nachher auf deutsch das werden wir den in einem weiteren video sehen wie die app eingerichtet wird und wie der festgemacht wird sieht man ja auch schön das schema den eingang und ausgang dann ist der über alexa google home und glaube ich auch über apple steuerbar aber das würden wir dann in einem nächsten video denn testen und ausprobieren und da würde ich sagen dann soll es das ja auch gewesen sein und dann sehen wir uns im nächsten video das video gefallen hat denn ein daumen hoch bleibt mich wenn euch das video nicht gefallen hat drei daumen hoch und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techdev